Liebe Münchner, der Migrationsbeirat der Landeshauptstadt München wird am 22. Januar gewählt. Jede Stimme entscheidet. Deswegen bitte G zu wahren. Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe frische Münchnerinnen und liebe alteingesessene Münchnerinnen und Münchner, jetzt ist Zeit zu wählen. Wer nicht von seiner Stimme, von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, der wird nicht vertreten. Dessen Perspektive wird nicht vertreten. Dessen Stimme existiert quasi nicht. Also macht davon Gebrauch, geht wählen und zeigt, dass ihr sichtbar seid, dass ihr eine große Masse seid, dass ihr berücksichtigt werden müsst in der Politik und dass eure Stimme eine Stimme ist, um die man werben muss. Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Migranten, ihr habt vielleicht schon diesen Brief in eurem Postkasten. Bitte nutzt das. Das ist keine Werbung. Das ist die Möglichkeit, euch Gehör zu verschaffen. Es ist für viele die einzige Möglichkeit, sich überhaupt mit einzubringen, um diese Stadt mitzugestalten. Also geht bitte am 22. Januar ist der Wahl zum Migrationsrat München. Geht wählen. Wenn ihr den Rechten die Stirn beten wollt, dann habt ihr Erfolg, wenn ihr gewählt habt. Eure Stimme ist was wert. Salam und Hallo aus Frankfurt nach München. Emine hier, um euch daran zu erinnern, am 22. Januar eure Stimmen für den Migrationsbeirat abzugeben. Leute, bitte nutzt diese Chance der politischen Partizipation. Jede nicht abgegebene Stimme wandert woanders hin. Ja, Servus, liebe Münchner. Am 22. Januar ist die Wahl zum Migrationsbeirat. Also geht wählen. Manhattan. Intro Version Hallo, das ist das zweite Junge. Ich bin JulianJ receiv. называется Arguier, meinem 2. Januar in München. Ihrええ Interview ist meine услов Bibliotheist im Izrael. gigantäin im daughters im MGrad in München. Ich gehe gehe denn hin. Am 22. Januar Wie ist das? 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 Wie ist das?